Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kapitel 3 wurde gestartet und wir haben direkt die neuesten Aufträge, falls ihr wieder Erfahrungsbote grinden möchtet, um wieder zu leveln. Der erste sessionale Auftrag von Woche 1 lautet Entdecke das Gerät. Das geht 16 Wochen lang, das heißt ihr habt genug Zeit und es gibt unterschiedliche Orte dafür. Ich zeige euch den Ort aber ganz links, und zwar auf dieser kleinen Insel. Dafür müsst ihr in diesen Turm von den Sieben rein, nennt sich Außenposten der Sieben oder V-Außenposten der Sieben. Und dann, wenn ihr, also normalerweise ist hier eigentlich eine riesengroße Tür, die muss ich leider abbauen wegen dem Bot hier, der rumläuft, dann geht ihr durch diese Kapsel oder durch diese Tür und dann findet ihr direkt vor euch einen Koffer. Und wenn ihr damit interagiert oder das Gerät einsammeln drückt, hört ihr den Wissenschaftler mit euch reden. Hey, hier ist der Wissenschaftler. Bin ich das klügste und schönste Mitglied der Sieben? Viele würden das bejahen. Meine Frisur lassen wir aus dem Spiel. Nimm dieses Gerät. Du kannst uns bei unseren Kampfvorbereitungen helfen. Ja, okay, das war jetzt der Auftrag. Dann habt ihr ihn abgeschlossen, bekommt, ähm, insgesamt, wie viel war das? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, irgendwas mit 22.000, 25.000 Erfahrungspunkte. Der Rest der saisonalen Aufträge von Woche 1 sind mega easy, missbenannte Orte entdeckten. Ähm, ein Tresorraum öffnen, das findet ihr überall auf der Karte. Ist sowieso jedes Mal markiert, egal, ähm, wo ihr draufklickt. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch damit helfen konnte. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Es kommen mega nice Videos auf euch zu in Chapter 3. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß in Chapter 3 und ciao.